Musik Unser Nebel ist einfach ein riesengroßer Themenkomplex und dieses Netzwerk finde ich einfach so genial, weil ich denke, dass die Probleme von der Zukunft nur im Hinblick darauf gelöst werden können, dass wir vernetzt denken können und lernen, aus diesen verschiedenen Bereichen auch zusammenzuwirken. Musik Mein Sohn genießt vor allem den Ganztagsunterricht tatsächlich. Der ist ja in der Afra-Klasse. Ich habe immer gesagt, das, was meine Kinder wünschen, das finde ich auch gut und mein Sohn hat von sich aus geäußert, er möchte gerne noch einen Tag länger lang bleiben. Musik 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 An der kirchlichen Schule weht so ein besonderer Geist irgendwie Ich glaube, wir schauen manchmal noch mehr auf das einzelne Kind und schauen, ob es dem gut geht. Musik 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 Weil es einfach Spaß macht Musik zu machen, auf der anderen Seite ist es auch wahnsinnig wichtig, dass man einfach in der Gruppe zusammenspielt, dass die zusammen Spaß haben in der Gruppe, dass sie zusammen Aktionen gestalten, Projekte gestalten und daran einfach auch wachsen und viel Freude verbreiten. Musik 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017